Moin moin, ich grüße euch endlich mal wieder zu einer weiteren Folge. Ich habe mir ein neues Shirt bestellt von Space Chaser. Super Trash Metal Band aus Berlin. Die wollte ich seit 2021 schon malen. Da habe ich die auf dem Hellseatic Festival gesehen. Ja, und ich habe es auch nach eigenen Aufnahmen größtenteils gemalt. Ein paar muss ich mir noch aus dem Internet raussuchen. Ich weiß noch, ich habe den Sänger mit seiner Freundin da rumlaufen sehen am nächsten Tag. Und da habe ich die dann angesprochen und gesagt, ich möchte euch unbedingt malen. Jetzt ist es endlich soweit. Jetzt habe ich alle Bandmitglieder hier in den Bild untergebracht inzwischen. Und genau, die CD habe ich mir auf dem Festival gekauft. Schon ein bisschen älter. Die haben noch mehr CDs und auch noch mehr T-Shirts. Also checkt den Shop. Da hört auf jeden Fall mal rein in den geilen Scheiß. Bockt auf jeden Fall richtig. Ihr hört von Space Chaser, den Song Judgment Day. Leider und frei für Space Chaser. Let's go. Weisbrot. Musik Clearly auf den Film scores» Und da sind uns halt drauf. Die clock ist alle,New. Im tutto finns. Bis zum nächsten Mal. G smat im suspense. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.